Mach auf! Der MP3-Player leuchtet schon wieder. Ich weiß auch nicht, warum der das macht. Der leuchtet. Der leuchtet. Warum leuchtet der? Der leuchtet nicht. Warum? Weißt du, wie mir das getan hat? Ja, super. Dann tut halt deine Eier weh. Das ist mir scheißegal. Es war Rache und jetzt mit mir quitt. Okay, dann darf ich noch weitermachen. Wie sieht das? Warte. Ja, dann hör halt auf. Sobald du noch mal auf mich losgehst, auch noch mal volle Kanon. Was? Nicht voller Eimer. Hä? Du hast gebockt mehr, du kannst dich nicht mehr hinsetzen. Ich kann mich nicht mehr hinsetzen, ohne Scheiß. Was? Ah! Du dörgst. Das ist schön. Ja, das ist so schwer. Du hast nix Geburt. Ja, das ist der Bette mein Friseur. So, mal gucken.